ja mach das john das ist übungssache nennst du das übungssache konnte ich auch nicht von anfang an muss gucken welcher stift oder welches teil das am besten klappt das unterschiedlich ja alex dann kannst du mir michael dann kannst du mir auch kaffee schicken wenn da drache auf der arbeit ist das brennt im auge dann machst du was falsch was ist dein geheimnis wie was für ein geheimnis das kann sein dann musst du mal eine andere dann musst du mal bei biokosmetik da guck mal ob du das ab kannst also naturkosmetik mein nein big daddy ich hab schon geschlafen big daddy kannst du mir einen gefallen tun danke fürs folgen kira kannst du mir den neuen kaffee als geschenk senden würde gerne mal sehen wie der aussieht wir können keiner den neuen kaffee gibt ein neues geschenk guten morgen kaffee hallo saad ja wenn sie tik tok raubt den akku auf jeden fall kira kira ich muss durch den monsoon hinter die welt ans ende der zeit bis kein regen mehr fällt gegen den sturm am abgehenden lang und wenn ich nicht mehr kann denke ich daran irgendwann irgendwann laufen wir zusammen weil uns einfach nichts mehr halten kann durch den monsoon dann wird alles gut warum ist der bei dir nicht verfügbar sag mal leute was ist denn da los bei mir ist der der ist bei mir vierte reihe vor dem viel zu heiß ach man leute wer hat denn den neuen kaffee die hat dich echt ne das ist doch ein spaß oder michael sie hat dich doch nicht geblockt oder dankeschön reiko leute wer hat denn kaffee 399 399 undi schick mir den kaffee oh man und alex hat ihn auch und jordan auch ja müsst ihr update machen wahrscheinlich guten morgen alex guten morgen alex alex kannst du mir guten morgen kaffee senden warum habe ich so ein pech alter warum haben alle die schick mir einen kaffee jetzt los los danke michael und michael Leute, wir sind 40 Menschen hier in meinem Livestream. Warum hat keiner einen scheiß guten Morgen Kaffee für mich? Nee, ich mach mir gleich ein zweiter Code. Ich geh jetzt gleich offline. Alex, der war so süß. Danke, Alex. Ach, Michael. Das sind die Gummibären. Danke, Alex.